Mein Name ist Achmed Alagic, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Scheibs. Weil es einfach ein unglaublich geiler Teamsport ist, wo jeder in der Mannschaft alles für die Mannschaft gibt und sich auch alles für den eigenen Mitspieler gibt. Egal ob es dabei verletzt, aber ob es ihm gerade scheiße geht, man versucht einfach alles für die Mannschaft zu geben. Und bei den Pastors, weil du als perfekten Pastors schreibst, das sind bis nach 20 Minuten bis nach Starling. Schöner geht es ja. Ich bin super geehrt und fühle mich stolz, aber es wird noch wichtiger, dass wir in der nächsten Season als Team eine gescheite Season abliefern und alles gewinnen im besten Fall. Ich bin halt so ein Mensch, man versucht immer das Beste herauszuholen und am besten auch die Ball zu gewinnen. Alles darunter war sozusagen, wenn man spielt, dass man ja auch gewinnt.